Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge, meine Freunde. Guten Tag. Wir haben schon angefangen, so ein bisschen zu sortieren alles. Ausleuchten tun wir gleich noch mit unserem schönen Glowstone 55 Stück, was wir gesammelt haben. Nein, nicht in der Höhle ausleuchten. Ach ja, das. Nein, ich meine hier in, ja, die Höhle und danach hier auch noch. Ach so, ja. Das meinte ich jetzt damit. Ach so. Weizen und sowas würde ich, glaube ich, sagen, hier vorne in die Kisten rein. Weizenkörner. Alter, davon haben wir auch extrem viel. Ja, da kriegst du ja immer so einen riesen Überschuss. Ja, Weizen, Karotten. Fisch würde ich sagen, machen wir einfach alle Fischsorten in einen rein, ne? Ja, bei Fisch kann man das machen, ja. Genau. Ich habe überlegt, ob man, guck mal, hier in der Dreierfreien Fläche, ne? Ob man hier nicht komplett alles mit Öfen voll macht. Ja. 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 Ja, auf jeden Fall. Würde ich anfangen mit. Ich baue mal ein paar Öfen. Ja, hier oben steht eine Werkbank. Ja, ja. Ich baue noch ein paar Kisten, würde ich sagen. Weil, da fehlen ja noch ein paar Kisten. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal ein bisschen Glowstone farmen gehen. Ja, kannst du ja machen. Ich packe jetzt hier vorne nochmal so eine Zweierkiste hin, damit das nicht so leer aussieht. Mach das. So. Und dann fange ich an mit den Öfen. Dann lass mich rein. Ähm, kann sein, dass das Server ein bisschen... Ach so, bist du gerade in den Nether gegangen? Mhm. Ja, deswegen. Aber warte mal. Ich zähle erst mal ab, wie viele Öfen das ungefähr wären. Ah, scheiße. Ja gut, du musst ja hinten. Du kannst ja auch doppelschichtig machen, wie auch immer. Mal halt mal schauen. 16 Stück, also 32 Öfen. Mal zwei. Ja, mal zwei. Ich hab überlegt... Das sind wie viel? 64. Jawohl. Ähm... Das ist ja mal eine geile Zahl. Ich hab überlegt, ob man nicht vielleicht, ähm... Anstatt das mit Schildern zu beschriften, die einzelnen Dinger, die einzelnen Kisten, ob man das nicht vielleicht mit Itemframes, also mit Itemrahmen macht, Ja. Das Problem ist, dafür brauchen wir halt viel Leder. Ja. Das stimmt. Oh, sch... Ach, gleich... Da müssen wir, da müssen wir erst mal Kühe uns züchten. Ja. Oh, shit. Das bedeutet halt auch erst mal Kühe finden und zu uns bringen. Ja. Oh. Soll ich die mittlere Reihe freilassen? Ja, ne? Ja. Da kann man ja noch was... Was weiß ich. Kann auch frei bleiben, ja. Könnte man im Prinzip dann auf jede Etage dann Öfen hinstellen, je nachdem, wo man sie braucht. Genau. Ich hab halt die Stirnseiten noch vergessen, fällt mir auf. Da sind noch zwei Öfen. Ähm, ja, jetzt ein... Jetzt einen Ofen auf einen Ofen platzieren. Ja, geil. Äh... Setz ich Keys dahin. Ne, nein, warum? Shift drücken. Shift. Macht er nicht bei mir. Na. Nein. Ich drücke Shift und es passiert einfach nichts. Ja, Shift und dann platzieren. Mach ich doch. Geht nicht. Öffnet er mir als... Super. Nein, das öffnet mir als das Ofenmenü. Mein Shift funktioniert irgendwie nicht. Ich kann auch nicht auf einem Block bleiben. Warte mal. Optionen. Ähm... Steuerung. Sprinten, linker Shift. Ach so. Doch, Shift. Shift ist es. Seid jetzt bei dir Steuerung? Ne, warte mal. Sprinten ist linker Shift. Ist normal. Ne, bei mir ist Sprinten Steuerung. Echt? Und was ist bei dir bei linker Shift? Ducken. Also... Ducken, halt. Steht da nur ducken? Bei mir steht nirgendwo ducken. Schleichen. Keine Ahnung. Das brauchst du ja. Schleichen. 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 Ja, schleichen. Genau, so heißt es. Jetzt. Wo ist denn bei dir Schleichen? Auf G. Ich hab's jetzt auf Steuerung gesetzt. G wie gleichen. Ja. Alles klar. Was ist denn eigentlich mit dem Herrn Fallwolf? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sonst fragt er täglich, ob wir zocken wollen? Ja. Jetzt hat er schon ein paar Tage nicht mehr gefragt. Ja. Vielleicht war er ja merk, dass wir im Moment keinen Bock auf Trackmania haben. Das kann sein. Ja, aber... Er will ja auch nichts anderes spielen. Ja, das ist halt das Problem. Ja. Ups. Mein Gott. Geh da rein. Natürlich. Er hat da mega Spaß dran, weil er das Spiel voll gut kann. Ja. Ich fliege ständig aus den Spielen raus. Das ist einfach kacke. So, wir haben jetzt ganz viele Öfen hier stehen. Sehr geil. Jetzt hat das auch geklappt mit dem da drauf platzieren. Ja, genau. Das hat gepackt. Äh, gepackt. Ja, geklappt. Sehr gut. Ähm, dann kann ich ja die Öfen oben... Ach, Mann. Warum habe ich die nicht mit einberechnet? Na, kannst ja in die zweite Etage. Können wir dann später in die zweite Etage packen. Genau. Dann würde ich die Öfen einfach in irgendeine Kiste unten rein. Also, ich will grundsätzlich... Können wir ja eigentlich alles, was wir hier drüben haben, schon mal rüber platzieren. Unten ins Haus. Ja, klar. Sicher. Die Höhle brauchen wir jetzt so in dem Sinne gar nicht mehr, da sie eigentlich fast schon überflüssig ist. Ne, müssen wir uns nur noch irgendwo... Obwohl ich das bisher halt ganz gut finde noch da oben mit der Warzenfarm. Ja, genau. Genau. Aber das war es dann auch. Ja, da können wir ja halt einen Zugang darüber legen, ne? Ja, ja, sicher. Das ist ja halt der Vorteil. Gold. Oh, scheiße. So, wichtige Utent... Wie, wichtige Sachen. Kartoffeln. Leder. Goldopfel. Verzaubertes Buch, Stärke 3. Ist das nicht so, dass du das Buch direkt auf irgendwas anwenden kannst? Ja. Flucht des Verschwindens. Oh. Oh, es juckt. Waschen hilft. Warum war mir das klar, dass das kommt? Das wird mir auch ständig gesagt, wenn ich sage, oh, mich juckt es an der Nase. Oh, ich habe ein riesen Blowstone-Ding gefunden. Sehr gut. Von einem anderen Ding ist mir leider die Hälfte in die Lava gefallen. Kohle, 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 Schuppti-Doo. Auf so einen Schwachsinn musst du erst mal kommen, weißt du? Ja. Mega geil einfach. Ja, genau. Ich habe jetzt die Kohle einfach mal in die neue Zweierkiste rein... Die Kohle, sage ich. Die Öfen einfach in die neue Zweierkiste reingepackt. Mhm. Leder kommt in das Kleine, weil das ist nicht viel, was man davon hat. Kartoffeln packen wir da rein. Goldene Apfel mache ich auch in eine Einerkiste, aber hier vorne irgendwo. Obwohl man Leder in eine Doppelkiste packen kann, weil wir später wahrscheinlich ziemlich viel Leder haben werden. Ja, ich habe jetzt mal Futterkiste angelegt. Da können wir unser ganzes Utensilienzeugs reinpacken. Also Waffen und so. Ich brauche ja jetzt erstmal nichts. Ja, zum Beispiel eine Kiste für Waffen reicht eine. Genau. Für Werkzeug reicht eine. Genau. Oh, ich habe jetzt viereinhalb Stacks Glowstone. So, Obsidien packe ich da rein. Obsidian. Ach ja. Eichenholz da rein. Kies dahin. Und dann haben wir eigentlich alles. Die eine Fackel, die muss ich nochmal... Die setze ich einfach jetzt mal hier. Zum Beispiel Treppen. Treppen können auch in eins. Auch wenn es Stein oder Holz ist. Da braucht man jetzt auch keine Differenzierung machen. Genau. Das denke ich auch. So. Ich habe jetzt erstmal nur kleine Kisten gepackt, weißt du. Also nicht kleine Kisten gepackt, sondern jetzt zum Beispiel Futter. Also fertig gebratenes Futter habe ich jetzt erstmal in eine Kiste gemacht. Weil ich fühle, das reicht erstmal für den Anfang so. Ja, sicher. Ja. Sicher das. Sicher das. Das ganze Ding wird sowieso später noch tausendmal umgeräumt werden, so ungefähr. Gefühlt ja. Ja, sicher gefühlt. Es wird nicht tausendmal umgeräumt werden. Was das an Zeit beanspruchen würde. Scheiße, wie komme ich denn hier runter? TNT-Alter. TNT-Alter. Hat der schon TNT gebaut? Das gibt es doch nicht. Ne, ich habe nicht TNT gebaut. Ich habe drei Wüstentempel gefunden und habe das TNT halt einfach da rausgeholt. Was da unten als Falle drunter liegt. Ja. So, verzauberte Bücher packe ich hier rein. Hier oben haben wir ja unser Werkzeug. Da packe ich auch die Diamantspitzacke rein. Die Schaufel, die brauche ich jetzt nicht. Hier kommen Waffen rein. Hier kommen Ausrüstungsteile rein. Da kommt das TNT hin. Hier kommt Pferdesattel. Würdest du jetzt das Feuerzeug auch als ein Werkzeug ansehen, ja, ne? Ja, 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 definitiv. Oh, ne, ich höre schon wieder ein Gast. Faden, Knochen und sowas, sollen wir das erstmal in eine Kiste packen? So wie rote, äh, nicht rote Beete. Federn, Gunpowder. Nö, da würde ich schon auch verschiedene Kisten machen. Okay, gut. Wir haben ja im Prinzip genug Kisten und am Ende werden wir auch genug Platz haben. Also ich denke, da ist es nicht nötig. Also solche Sachen wie, äh, Kartoffeln mache ich auf die Bodenflächen. Federn und was weiß ich was alles. Das mache ich auf die Bodenflächen, weil ich finde, ja, dass das so schon sinniger ist. Schallplatten, Eintruhe. Ja, Schallplatten können auf jeden Fall alle. Verrottetes Fleisch, wollen wir das aufbewahren? Ja, ne? Ja, das kann man bei Dorfbewohnern tauschen. Gegen Maragde. Pilze, Pilze. Also Pilzsorten mache ich in eine Kiste. Ist egal, welche Pilze. Ja, Pilze sicher. Pilze, Kürbis, Spinnenaugen. Das habe ich einfach mal alles so in so Kisten gepackt. Mhm. Ein bisschen unübersichtlich ist das Ganze schon. Wenn die Beschriftung kommt, nicht mehr so sehr. Ja, genau. Ja, da kann man sich halt da auch dran halten, weißt du. Ja, sicher. Und halt große Vorteile. Ja. Müssen wir halt nochmal gucken. Ich weiß nicht, vielleicht willst du das machen, dich mal in der Gegend nach Kühen umschauen. Werde ich gleich machen, ja. Mal zwei mitbringen. Ja, werde ich gleich machen. Von mir aus auch mehr. Dann können wir nämlich Lederfarben, dann können wir die Itemframes erstellen. Ich bringe auch noch ein paar Pilze mit. Mhm. Das Problem, was ich nur immer bei Pilzen sehe, du kannst da super Essen rausmachen, ne? Ja. Diese Pilzsuppen. Aber die kannst du nicht stacken. Das stimmt. Das ist richtig scheiße. Das stimmt. Die kannst du benutzen, wenn du hier am Bauen in der Base bist, ne? Ja. Wo du eh nicht viel Inventarplatz brauchst, da kannst du es machen. Aber ansonsten sind die total... Für den Arsch. Ja. Wortwörtlich. Besser hätte ich es jetzt nicht ausdrücken können. Ich habe schon wieder Level 25. Sehr gut. Also einen Teil der Kisten habe ich schon mal abgebaut, die wir in der alten Höhle hatten. Mhm. Und ähm... Aua, jetzt habe ich mir wehgetan. Uff. Weil ich runtergesprungen bin. Blumen mache ich auch in eine Kiste. Alle Sortenblumen. Ja. Ich würde sagen, die machen wir hier vorne hin, weil die werden wir wahrscheinlich eher brauchen für alle möglichen Farben. Ähm... Weißt du, wofür man bis auf, ähm... Warte, wie heißt es jetzt? Bis auf die Netherwarzen Soulcent noch braucht? Braucht man den überhaupt noch für irgendwas? Soweit ich mich erinnern kann, weiß ich darüber nicht viel. Oh, jetzt habe ich auch eine epische Musik im Nether. Also ich kann dir dazu echt gar nichts sagen. Ja, ist auch nicht so wichtig. Die Frage ist nur, ob ich hier gerade Soulcent abbauen soll oder nicht. Aber kann ich ja später immer noch holen. Ja, ich... Wir können ja nachher mal gucken, was das liebe Internet dazu sagt. Ich sag mal so. Oh, wir haben jetzt die Netherwarzen Farben, die wir da haben. Und mehr brauchen wir ja eigentlich auch gar nicht. Nein, das reicht ja an sich. Total. Scheiße. Gast hat... Oh, zwei Gast! Alter, ich... Du scheiß Gast. Will doch nur... Mal gucken, ob das geht. Ja, geht. Ich habe versucht, die Dings zurückzuschleudern. Also die Feuerbälle, die der Gast auf mich schleudert. Ja. Ich habe es nicht hingekriegt. Okay. Ich verstehe nicht, wieso das nicht geklappt hat. Oh, habe ich mich gerade mega erschrocken. Oh nein, ich brenne schon wieder. Lohnenrute, Lohnenstaub mache ich in einen. Lohen. Äh, meine ich doch. Magma-Creme mache ich auch in einen. Anderen jeweils. Magma-Creme beispielsweise kann in einer Kiste. Ja. Ja, gut, dann mache ich das so. Man wird nie so viel Magma-Creme finden, denke ich. Nein, denke ich auch. Das stimmt schon. Ähm, verrottetes Fleisch. Da. Weiß ich, ich weiß, kriegst du ja die Magma-Creme sowieso nur von den Feuerschleimen aus dem Nether. Ja. Also jetzt habe ich noch so ein paar Teile, die ich jetzt erstmal nirgendwo zuordnen kann. Was denn? Ja, ich mache das jetzt einfach so. Ich wähle jetzt diese Kiste aus. Da mache ich einfach den letzten Rotz rein. So wie die Kisten auch, aber da nehme ich, äh, scheiße. Was wollte ich denn da, den Ofen da reinpacken? Ach, hä? Ich hatte eben gerade im Kopf, eine Sache wollte ich nicht da reinpacken. Weiß ich auch nicht. Ja, ich glaube, es waren die Kisten. Ja, dann mache ich jetzt noch die letzten Kisten oben leer. Mhm. Dann haben wir das eigentlich auch soweit. Ja. Frag mich, was man mit den Magma-Blöcken machen kann, ob man da auch irgendwas rausmachen kann oder ob die einfach nur zur Deko geeignet sind. Das weiß ich nicht. Ich werde jetzt nicht angegriffen. Ah, aus vier Magma-Creme kann man einen Magma-Block machen. Okay. Aber aus dem Magma-Block gewinnst du keine Magma-Creme. Habe ich jetzt gerade nichts zu gefunden. Warte, muss ich gleich nochmal gucken. Scheinbar nicht. So, Magma-Blöcke verursachen jede halbe Sekunde an Wesen, die auf ihn stehen, einen Feuerschaden. Bäh, bäh, bäh. Die Todesmeldung, wenn man auf Magma-Blöcken stirbt, ist, Bila wurde der Boden zu heiß. Oh Mann. Gut, dass ich an der Kieskiste angefangen habe. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Kies. Und zwar, um genau zu sein, haben wir jetzt insgesamt 53 Kies. Es ist das eigentlich relativ, äh, ja, nicht häufig genutzte Material. Was mache ich denn da? Alter, wie viel Sattel haben wir eigentlich? Genug. Alter, ey, wo hast denn die alle her? Ja, aus den Wüstentempeln. Alter. Sehr aufgehoben. So, wo hat ich Schwarzpulver hingepackt? Boah. Nicht das jetzt wüsste. Ja, das wüsste ich auch nicht. Oh, ganz viel Glowstone. Da. In der Zweierkiste. Naja, alles auch in Ordnung. Redstone. Werden wir auch viel haben, aber ich packe es jetzt erstmal in die eine leere Einerkiste. Redstone werden wir so viel haben, dass wir wahrscheinlich 20 Kisten, 20 Doppelkisten damit voll machen. Ja, Lapis Lazuli kommt in eine der neuen Zweierkisten erstmal rein. Ja, Lapis ist auf jeden Fall auch in Zweier, aber davon findest du halt beispielsweise nicht so viel wie, äh. Aber ist ja egal. Das spielt ja keine große Rolle eigentlich. Ich glaube, ich komme mit ordentlich was an Glowstone zurück. Sehr gut. Wenn du zurückkommst, müssen wir auf jeden Fall mal schlafen. Wenn ich zurückkomme. Weiß ja noch nicht, wann das ist. Ähm, womit locke ich, ähm, Kühe? Ich glaube auch mit Weizen. Okay. Bin mir aber nicht tausendprozentig sicher. Guck gleich erstmal, also später dann zum Einschlafen, The Walking Dead weiter. Ich hab jetzt mal wieder angefangen. Okay. Man wird mir sagen, wie blöd, wie blöd man denn eigentlich ist. Ich bin jetzt bei Staffel 4, Folge 5 oder so. Ich hab da am Anfang mal angefangen mit meiner Ex-Freundin und habe dann das nicht weitergeguckt. Weiß auch nicht. Ist das die Ex-Freundin, wo ich denke? Äh, mit welchen Buchstaben fängt die Ex-Freundin an? N? Ja. Okay, sehr gut. Dann weiß ich Bescheid. Ne, da war das. Nein. Oh, Alter, ey. Puh, ich komm jetzt schon durcheinander. Eine der wenigen guten Dinge an ihr. Sie hat mir The Walking Dead gezeigt. Ich hätt's mir wahrscheinlich sonst nie angeguckt. Wahrscheinlich. So. Schon wieder zwei Sattel. Alter, wir haben gleich zwei Reihen voll Sattel. Ja. Oder Pferdegeschirr halt, ne? Ja, oder Pferdegeschirr. Ist ja egal, wie man's nennt in dem Fall. So. Ich muss jetzt gleich erstmal den ganzen Glowstone, den ich hier abgebaut habe, aufsammeln. Liegt nämlich komplett auf dem Boden verteilt. War bei mir nicht anders. Alter. Wie viel das bitte ist. Heftige Scheiße. Ja, die Zuschauer werden auf jeden Fall das Öffnen der Truhen und Schließen der Truhen bald hassen. Das Geräusch? Ja. Wahrscheinlich hassen sie es jetzt schon. Ähm, soll ich dir sagen, wie viele Stacks Glowstone ich habe? Wie viel? Zwölfeinhalb. Ach du Scheiße. Geil, wa? Wolle packe ich jetzt, ist egal in welcher Farbe, erstmal in eine Kiste. Ja, zur Wolle Petri. So, glatten Sandstein. Äh, was willst du damit machen? Äh. Weil davon haben wir jetzt nicht viel. Nur 46. Das packe ich aber erstmal bei normalen Sandsteinen mit bei. Weil wir davon nicht so viel haben. Mach mal eine Einerkiste dafür. Eine Einerkiste? Ja. Okay. Ach man, wo war das denn da? Also diese speziellen Arten von Sandsteinen, da könnte ich jetzt unglaublich viel abbauen von. Weil die gibt's ja in den, den, in den Dings wie Sand am Meer, in den, wie heißen sie denn? In den Wüstentempeln. Ja. Roter Sand, da reingepackt. Erde. So, ich bin auf dem Rückweg. Ach man, nee. Da. Und jetzt nicht sterben auf Wolkenwerk. Lapis, Lapis, Lapis. Lapis werden wir viel haben. Hat man gesagt. Nee, Redstone werden wir sehr viel haben. Ja, Lapis aber auch. Ja, aber nicht ganz so viel wie Redstone. Ja. So, da kommen Karotten rein, hier kommen wieder Weizen. Alter, nice. Was denn? Ja, die Öfen. Ja, ne? Oh, scheiße, ich hab wieder mein Schwert weggeschmissen. Aber warte mal, wo war Akazienholz? Da mach ich jetzt erstmal bei dem Akazienholzbrett, dann mach ich die zwei Akazienholztreppen einfach mit bei. Also die Einser sind bis hierhin gefüllt. Okay. Aber wie gesagt. Hierfür könntest du beispielsweise eine Doppelkiste locker anlegen. Ja, natürlich, aber das hab ich jetzt erstmal nur so gemacht. Weil einer Kisten haben wir echt relativ wenig. In dem Ganzen. Was gibt's denn hier noch? Hast du alle Keramikdinger zusammengepackt? Okay. Ja, weil ich glaube nicht, dass wir so viel unterschiedliche Keramiken so viel finden werden. Wie craftet man Glowstone? Ähm, vier Glowstone. Also in so einem Viereck. Ja. Einfach nur. Ja, gut. Weil dann mache ich, dann verarbeite ich das gleich schon. Ja. Weil ansonsten braucht man die ja sowieso nicht, soweit ich weiß. Nö. Zack. Ging das bei dir genau auf? Bei mir? Nee. Ich hatte ein Glowstone-Dust über. Ich hab drei über. Wo ist denn das eine Glowstone-Dust? Oh, das weiß ich nicht. Ah, nee, nee. Das ging am Ende auf mit deinem restlichen. Das ging mit deinem restlichen auf. Ah, okay. Das ging perfekt auf. Dann mache ich den Glowstone-Dust aber dazu, ne? Ja, genau. Würde ich sagen. Weil von Anfang. Weil bei Glowstone und Glowstone-Dust, also. Da brauchen wir jetzt keine Differenzierung machen, glaube ich. Nee. So, wo ist denn das Essen drin? Ganz vorne, oben. Weed? Nein, nein. An der Wand. Oben, links. Ist Futter. Bei den Treppen, links. Ja, ja, ja. Frag mich nur, was du hier gerade gebaut hast. Ich wo? Hier. Nicht großartig was, sondern ich habe einfach die Fackeln so stehen lassen, wie sie sind. Ich habe ja jetzt noch ein paar Kisten mit. Und wir haben eindeutig zu wenig Platz für Bruchstein. Ich glaube, ein bisschen Bruchstein sollten wir jetzt erst mal vernichten. Ich habe gerade mal Lapis Lazuli umgebaut. Okay, ist kein Problem. Alles gut. Danke für dein Verständnis. Oh. Ey, Google, ey. Meine Fresse. Ja, ich weiß, du hörst mir zu. Ah, okay, 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 okay. Alle, also hier, wo, ne, wo sind denn Pilze drinne? Pilze? Ähm, Pilze waren hier vorne. Wo? Irgendwo hier. Wo habe ich denn die Pilze hingepackt? Hä? Irgendwo waren sie. Ich glaube, in der dritten Reihe oder so. Hier. Äh, Knochen? Knochen sind weiter rechts. Hier. Hier. Ach, da. Okay, dann habe ich alles einsortiert. Alter, wie viel Glowstone. Hm. Gut, ne? Ja. So. Was, was fahr mich denn jetzt mal schön nicht? Was damit? Nein? Das wollte ich dir einfach mal, das wollte ich dir einfach nur mal schenken. Dankeschön. Ich mach den, Teppich mach ich nicht zu Wolle, Teppich mach ich unter Wolle. Nee, Ruhe. So, wir brauchen Bruchsteinplatz. Platz für Bruchstein. Ja, nimmst einfach hinten das letzte Eckchen. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja, ja, ganz hinten hier die Zweierkiste. Äh, warte mal. Mach doch nochmal zwei Stacks Bruchstein hier rein. Weil Andesid gehört in die Andesid-Kiste. Oh. Echt? Habe ich da Andesid reingehauen? Ja, zwei Stacks. Sehr gut. Es sieht halt verdammt ähnlich aus. Für mich. Ja, das stimmt. Wenn man hier zwischenkommt, hat man ganz schön geschissen. Ja, aber wer soll da zwischenkommen? Weißt du was? Aua! Was hast du denn für eine Verzauberung jetzt eigentlich drauf gemacht? Ähm, ich habe, äh, Feuerschutz 1 und Dornen 1 auf meinem Brustding und Federvall 1 auf meinen Eisenstiefeln. Okay. Ich überlege gerade, was ich jetzt farmen gehe. Ich wollte jetzt nochmal in die Höhle, genau. Ich wollte jetzt eine kurze Höhlentour machen. So, jetzt kannst du dich nicht mehr beschweren. Wieso? Was hast du gemacht? Nix. Alles gut. Hast du noch, äh, Stickys? Nein. Leider keine mehr. Äh, wo sind denn Stickys? Haben wir gar keine. Musst du machen. Wo ist Eichenholz? Eichenholz. Nimm hier, ganz hinten hier, guck mal, hier. Ähm, wo war es denn? Hier oben. Hä? Warte mal. Wo? Da. In die Kiste. Alter, ey. Wir müssen Leder finden. Kühe, ja. Naja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns bei der nächsten Folge, denn es ist schon wieder soweit. Bis dahin. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.